Eine Laune eben aufrecht zu erhalten und damit, ja, dass es nicht noch schlimmer wird. Und manche regen sich ja dann immer mehr auf und dann werden sie immer verkrampfter und dann wird es immer schlimmer und ach, was wir da nicht schon alles gesehen haben. Ja und es verwundert auch den Gegner, weil dann kommt er mal gegen drei hintereinander, die sich aufregen und dann denkt er sich, wenn du dann einen Ball verziehst, ach der regt sich jetzt auch wieder auf. Und dann regst du dich nicht auf und dann denkt er sich, hä, der regt sich ja gar nicht auf. Ja, genau. Es hilft auch noch deinem Gegner, wenn du dich aufregst, ne? Ja, das ist jetzt aber ein richtig schwieriger Ball. Also wenn er den trifft und noch mit Position auf die zwei, boah, das wäre ein Hammer. Nee. Hat's versucht. Die Position wäre ihm wohl gelungen, oder? Oder? Aber die Z1 hat er leider verschossen. Und das, was er hinterlässt dem FN, ist schon ein bisschen leichter, wie das, was er gerade liegen hatte. Da liegt übrigens so eine Box mit Süßigkeiten, die ist von dem Jochen, weißt du noch? Magst du Süßigkeiten? Das geht, ja. Du kannst ihm ruhig welche klauen. Okay. Danke. 3-3 auf 9. Bleibt er so spannend? Ja. Hätten vielleicht viele nicht so spannend erwartet. Nein, aber ich habe ja gesagt, dass der Tobi kein schlechter ist. Ja, er schlägt sich gut. Ich glaube, er hat ein bisschen, ja, zwei Zentimeter zu viel hier. Das war aber... Da kann man schon mal den Kopf kratzen. Ich glaube, er wird mit einem... Bevor er jetzt wieder so einen Superball probiert, wäre der Safe jetzt viel leichter zu machen, oder? Ja. Aber er hat natürlich eine Schwäche für Superbälle. Mal sehen, ob er es lassen kann, oder ob er uns was zeigt. Doppel-Crossbank, oder was? Nee, einfach Crossbank. Perfekt gelungen. Wahnsinn. Mit Stellung. Mit Stellung. Crossbank mit Stellung, perfekt abgetimt. Und, ja, das schmeckt auch dem Tobi, auch wenn es auf seine Kosten geht. Mhm. Ja, Christian Reimering im Gespräch mit Francisco Bustamante, die kennen sich natürlich schon seit, äh... seit der Zeit, als Francisco Bustamante in Kiel gewohnt hat, in Deutschland. Mhm. Der hat ja knappe zehn Jahre, oder so. Und dann auch Bundesliga gespielt hat. Mhm. Der hat die Bundesliga auch bereichert. Nachbartisch steht es 3 zu 1 für Toni Drago. Ja. Und die Neuner legt er sich immer jetzt die letzten zwei Spiele ein bisschen schwerer als... als nötig. Wenn so einer sowas schreibt, dann gucken natürlich seine 10.000 Freunde, die er auf Facebook hat, die gucken dann alle auch und so hat sich das da multipliziert in kürzester Zeit. Mhm. Unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass sowas in der Billiards-Szene weltweit möglich ist. Aber... Es war wirklich so. Unglaublich. Okay. Dankeschön. Ich weiß. Ich hab' da gesagt, ob ich die Black-Dex hier gestern aufgereisend habe, dass jemand hier zuletzt. Ja. Und ich sag' ich, wenn die Black-Dex hier gestern aufgereist, jemand dipfung schiedet, in May. Und ich weiß, dass dich wirklich applaudieren, also dass es jetzt mal abschätet ist, bei牛-Maps und der Wendman, der Mann spricht bei der Gruppe. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 好. 呵呵呵. 這個苦組啦. 好. 那我們來看這組球5做6. 待會的6做7. 好. 拉桿. 哇. 他選擇強拉喔. 會不會出誰啊. 唉唷. 但是有夠大. 呵呵呵. 沒有擋到5號. 他是要這個意思耶. 他是要這個意思喔. 嗯. 因為他如果說是Lucky的時候喔. 因為我認識他30年了. 他如果這個球是Lucky的話他會... 會拍誰的苦笑. 尷尷尬的笑好。 呵呵呵呵. 那個球看他很震驚的表情就表示說他是真的要這樣打. 是. 進球之後待開的7號跟8號。 因為他是一個... 打下來跟其中。 瘋度喔. 而且是... 自我要球很高,在技術上面 他覺得這個Lucky的時候他摸摸頭髮。 呵呵呵呵呵呵. 真不好意思,苦笑。 尷尬的笑。 喔,剛剛的球打,真是漂亮。 好,那這個球注意喔. 呃,9號的問題喔. 不過魔術師的人應該是不會... 像這種球他不會做到制度。 你看他的另類打法母球乾脆往... 像很多人會往左邊走. 這個讓母球近一點. 但是他的觀念裡面說,我這個球我走也沒關係, 我不要被掉到,為什麼。 因為8號的球在洞口很好打, Ich will nicht mehr so weit gehen. Das Spiel wird uns aufgerissen. Das Spiel wird uns aufgerissen. Das Spiel wird uns aufgerissen. Das Spiel wird nicht mehr so weit gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. And a perfect shot on the one. This should be a wreck point for Efren. Could be a good wreck for him to gain momentum, to pick up some rhythm. He's playing in England for the first time since 2006. And right now, a marginal favourite you would say, to make a winning return. He's never won this World Masters title, one of the few big events missing from his CV. But compatriots do have their names on the trophy. Francisco Bustamante in 1998 and again in 2001. And Dennis Okolo in Las Vegas in 2010. Okay. So, let's go. Let's go. You can't keep a champion down. Let's go. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... Ich glaube, das ist es möglich. Wow! 2.5-2. Ja, in diesem Fall, in der Fall, der Fall ist nicht so schwer. Aber in diesem Fall, Wenn wir dann wiederholfen, dass er die Gehörbren nicht mehr so ist. Das ist, dass er sich für die Gehörbren zu verabschieden hat. Das ist, wenn wir jetzt noch nie die Gehörbren haben. Er ist, das ist, wenn wir uns die Gehörbren sehen. Wenn wir dich dann noch nicht erken, wenn wir die Gehörbren nicht mehr so haben, Ich glaube, das ist gar nicht so ein意外. Herr Köhlen hat sich in den Augen gegründig zu sehen. Aber Herr Köhlen hat den 9.9 mal so sehr. Wir haben eine andere Karte. Wir haben eine andere Karte. Wir haben eine andere Karte. Vielen Dank. Das erste ist eine Zutat Der hat sich auch die Welt zu sehen, die auch die Leute zu sehen, die auch die Leute zu sehen. Ich habe gerade gesehen, die auch die Leute zu sehen, die auch die Leute zu sehen. Ja, das ist es, wir haben nicht mehr, dass wir uns nicht mehr spielen können. Ja, das ist es, wir haben zwei Dinge gemacht. Die erste ist, wir haben die Kinder, die Kanschläge und die Kanschläge haben. Die zweite ist, wir haben die Kanschläge. Das ist die Kanschläge. Das ist schon nicht geschehen Gehe aus dem Fall eine Pusher Wenn das vielleicht das wird, dann ist einfach gut Das ist nicht so, dass ich die Kinder zu verfolgen Kaffee. Es ist ein sehr schönes Freund. Wir versuchen es zu schnitteln, die sie zu beschäftigen. Wir können die Proben mit der Verlangen machen. Wir können die Verlangen machen. Wir fangen mal an zu machen. Wenn wir die Verlangen sehen, wir können die Verlangen einfach noch um. relativ schnell die geräusche Das wird das Fünster schau mal mehr Die sfügel hat es sehr gut Das ist gut, es hat mit der Gitarre das kann man die Gitarre Kann man er richtig gut Das ist schauppend 3 what you can do national truth nachdem Feuerzer schaden schaden le­sache die ob schaden Ganz rotaster schaden der in hart Er ist eine Wör幹 der Schleimmann. Er hat gesagt, er hat diese Wör幹 die Arbeit gegen die Schleimmann. Er hat sehr sehr gerne mit Schleimmann. Er hat nicht mehr Spiel. Er hat nicht noch ein paar Stunden, er hat sich nicht so sehr schwer. Er hat sich die Wör幹 sehr leid. Und dann ist er eine Schleimmann. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Wenn wir den der der Entschuldigung, jedes Jahr 63岁 Erwitt Es ist ein sehres Mann. Erwitt das ist ein kaltes Ich bin 62 Jahre alt, so gut. Das ist wirklich sehr schön. Ich habe einen kleinen Kursen. 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 Aber es ist nicht so wichtig. Die 5e Räume ist der Räume. Even a race. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.